Yo Leute, ich bin Seraphys und willkommen zur ersten Runde von Delivery Totally Reliable Service. Am heutigen Tag wollen wir dieses Game testen. Ich habe gelesen, dass man irgendwie Pakete weitergeben soll und so. Auf jeden Fall kann es lustig werden und lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr. Ich würde sagen, wir drücken auf Solo spielen und werden cool sein. Da sind wir schon im Game. Wir checken erstmal die Steuerung. Kann ich springen? Ich kann auch... Ja, springen kann ich. Arme heben kann ich. Greifen kann ich, tauchen. Kann ich einen Skin machen? Boah, wie schnell läuft der denn? Neue Lieferung. Kann ich sie nehmen? Mann. Kann ich da auf den Knopf drücken? Ja. Drück. Ich check nicht, wie ich das da rausnehmen soll. Herr Neuling, mach dich an die Arbeit und betätige... Was soll ich betätigen? Nicht anfassen. Boah, ich habe eine Schelle kassiert. Zack. Da ist die erste. Krass. Heben wir das auf. Komm. Boah, krass. Nein. Sorry. Zack. Boah. War das ein Trickshot, ey. So, das war sozusagen das Tutorial, oder? Aber wir brauchen jetzt die nächste, ne? Junge, der sagt immer dasselbe. Der Affe. Hilf mir doch mal. Machen die das auch immer? Zack. Ach so, okay. Ich habe es gecheckt. Next Lieferung. Warte, wir geben ihn in die Fresse. Geht doch bestimmt. Hä? Als ob ich das schon... Ne. Ich dachte schon. Also, ich habe auch gelesen, dass es hier auch irgendwie so Fahrzeuge gibt. Vielleicht sogar Helikopter und sowas. Ist auf jeden Fall funny. Wow. Krass. Zack. Ich habe es. Und jetzt. Bam, Alter. Äh, zack. Aber ich glaube, der kassiert nicht, ne? Oh, ich habe noch wenig Zeit, oder? Zack. Boah, was bin ich für ein epischer Boy. Da ist auf einmal so ein Pokal und das stehen 24 Sekunden. Zack. Kann ich mich da hinsetzen? Ich kann da tauchen vielleicht. Egal. Zack. Nein. Ja. Geschafft. Und da haben wir es. Wir sind krass. Wir sind drin. Beziehungsweise, wir waren es. Krass. Warte. Wir können das doch... Hier so platzieren. Und da werden doch die ganze Zeit dann die... Pakete drauf fallen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Genau. So. Jetzt steig aus. Und jetzt drücke ich auf den Knopf. Äh, äh, äh. Zack. Und... Ne. Ich muss ein bisschen nach rechts. Aber vielleicht hat es ja geklappt. Manchmal ist es ein bisschen stressig. Ne, das hat nicht geklappt, leider. Ja, dann muss ich den weiter nach rechts fahren. Zack. Zack. Ah. Mann. Ungefähr so. So, jetzt lass den. Und jetzt drück mich auf den Knopf. Was habe ich für Pläne, ey? Zack. Und? Hä? Da ist das Paket weg. Zack. Und? Es hat geklappt. Und jetzt machen wir das mit tausend Paketen, wenn das geht. Geht das? Ne, mit nur einem. Ähm, steig einfach mal richtig ein. Zack. Und zack. Das habe ich. Boah. Ungefähr so. Und wir fahren. Boah, ey. Zack. Und jetzt runter. Und das ist drin. Mit der Maschine. Wie krass sind wir denn? Wir sind eine Maschine. Ja, da ist eine Lieferung, oder? Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Lol. Junge. Biep. Wir sind voll langsam. Wo ist die nächste Lieferung? Da ist die nächste. Nice. Moin. Zack. Zack. Ach, nee. Zack. Nein. Ich bleib hängen. Boah. Lol. Was? Hier ist ein krasser Wagen. Boah. Nein. Boah, ey. Doch. Jetzt ist das los. So, du musst erst mal leider weg. Das ist hier eine krasse Angelegenheit. Boah, ey. Mann. Mann. Und fahr. Hä? Als ob. Kann ich hiermit fahren? Zack. Hey, das geht nicht. Ah, doch. Junge, Junge. Dich fahren wir auch. Zack. Und wir holen ein Paket. Zack. Gab es nur eine? Ah, nee. Ups. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie ich meinen Skin ändere. Dann das möchte ich auf jeden Fall. Hä, wo ist das? Ach, ich kann wirklich nur eins nehmen. Boah. Alles geht kaputt. Das ist auf jeden Fall ein lustiges Game. Zack. Lass los. Und ich würde sagen, wir fahren. Let's go. What? Komm, den überfahren wir. Zack. Nein. Boah, ey. Nicht das Paket. Lass mir ein Paket. Nein. Was? Ihr dummen Limousin. Zack, Alter. Boah. Jetzt brauchen wir unser Paket. Ihr kriegt es nicht. Es ist anscheinend eine wichtige Lieferung, wenn die alles wollen. Wow. Sorry. Boah. Junge, ich mache ja wirklich alles kaputt. Und wer will noch dieses Paket? Schreibt es in die Kommentare. Komm schon. Ja. Jetzt lass los. Und fahr. Let's go. Zack. Zack. What? Was war das denn? Alles klar. Zur nächsten Lieferung. Wisst ihr was? Ich fahr mit der Lieferung. Komm schon. Zack. Das ist doch ein Lifehack. Da. Da muss sie rein. What? Zack. Aber das geht ja auch nicht auf Zeit, ne? Zack. Was? Oh, wir waren fast mit drin. Zustand 55%. Alter. Wir fahren noch irgendwo hin, wo es geil ist. Boah, da kann man auch fahren. Wie geil ist das denn? Nein. Lass es. Nein. Boah, ey. Da steht auch die Marke drauf. Boah. Zack. Zack. Und jetzt fahren wir. Lol. Was ist das für ein Tier? Wo ist es? Nein. Uff. Geh lieber wieder raus. Hä? Hier ist ein Fisch. Komm schon, nimm den Fisch. Krieg ich den? Wow. Was? Alter, weg hier, weg hier, weg hier. Alter. Junge, Junge. Was gibt's hier? Hier ist ein Mensch. Da ist der coole Wagen. Los, los, los. Wir sind Flash. Und. Bitte, bitte. Da ist die Border. Und. Komm schon. Zack. Als ob. Nein. Nein. Ach, nee. Du warst es schuld. Du dummer Mensch. Zack. Uff. Komm, schlag ihn. Ach, Mann. Da ist ein Atomkraftwerk. Oh, da ist ein Boot. Zack. Wow. Nein. Och, nee. Jetzt stehen wir unter Wasser. Naja, damit wir sagen, das ist mit der ersten Runde von Totally Delivery. Keine Ahnung, wie es weiter heißt, Leute. Sorry. Und lasst auf jeden Fall ein Like dafür mehr. Abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Checkt gerne meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta und Twitter. Auch in der Beschreibung verlinkt. Und. Hab noch einen schönen Tag. Ciao.